Ich freue mich sehr auf den Vortrag von Claudia Schreiber. Sie ist als Rechtsanwältin in Bern tätig mit dem Schwerpunkt Agrarrecht und Strafrecht und sie ist auch im Vorstand der digitalen Gesellschaft. Der heutige Vortrag ist über die Justitia 4.0. Es wird etwa 20 Minuten dauern und dann hat sie Zeit für eure Fragen. Also überlegt euch, was ihr fragen wollt. Dann übergebe ich gerne an Claudia. Merci vielmals Katja. Ja, ich freue mich, dass ich Ihnen heute Justitia 4.0 näher bringen kann und Ihnen das auch ans Herz legen kann. Wir haben vier Themenblöcke in diesen 20 Minuten. Zuerst eine kurze Einführung, dann die Frage, wie Justiz eigentlich digitalisierbar ist. Dann kommt das Thema drei, der Hase und der Igel. Wer ist zuerst am Ziel, das Gesetz oder die Plattform, die zu bauen ist? Und Punkt vier geht es um das Störpotenzial der Digitalisierung in der Justiz. Zur Einführung. Ich möchte schnell sagen, aus welcher Perspektive ich mich hier äussere. Ich werde alle anwaltsspezifischen Themen, und von denen gibt es viele, weglassen. Ich werde mich auf die NutzerInnen-Perspektive konzentrieren. In diesem Zusammenhang muss ich sagen, dass ich seit 2013 auch Support mache für NotarerInnen und Rechtsanwälte im Zusammenhang mit dem elektronischen Rechtsverkehr. Das heisst, ich bin geprägt von den Situationen, in denen man mich zuzieht, nämlich dann, wenn es schiefläuft. Das heisst aber umgekehrt auch, dass ich weiss, dass es schieflaufen kann. Basis des heutigen Vortrags ist die öffentlich zugängliche Dokumentation, die unter anderem die digitale Gesellschaft sich beschafft hat über BGÖ-Dokumente. Ich bin auch vom Bernischen Anwaltsverband als Fachexpertin im Projekt Justitia 4.0 tätig, aber ich beziehe mich nur auf Dokumente, die alle einsehen können. Die DigiGES hat via BGÖ-Gesuche über 50 Dokumente. Es werden immer mehr bestellt beim Projekt Justitia 4.0. Sie finden Protokolle, Konzepte, weitere Berichte, Detailspezifikationen, Grobspezifikationen und so weiter. Die sind alle im Dossier, Webseite der DigiGES-Dossier, Plattform Justitia Suisse sind die drauf. Und Sie finden pro Blog-Eintrag dann auch ein ZIP, wo Sie die Dokumente gesamthaft runterladen können, um sie dann zu lesen. Was ist Justitia 4.0? Das ist das Digitalisierungsprojekt der Schweizer Justiz. Sie betrifft mehrere tausend Justizmitarbeitende, Adminleute und Richterinnen und Richter. Sie betrifft einige tausend Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Sie betrifft alle Rechtssuchenden, die sich entweder selbst auf dem elektronischen Weg mit der Justiz unterhalten wollen oder die indirekt betroffen sind, weil sie anwaltlich vertreten sind und die Anwälte in Zukunft gezwungen werden, die elektronische Eingaben zu machen. Träger sind Kantone, Bundesgericht, Bundesanwaltschaft und ein paar weitere. Es wird betont, dass es keine Bundeslösung ist. Wir kommen dann vielleicht später noch darauf zurück. Wir haben gewissermaßen eine Arbeitsteilung, Kantone, Bundesgericht usw. im Projekt Justitia 4.0 machen, bauen die Plattformen und das Bundesamt für Justiz macht ein Gesetz, das dazu passen sollte oder eben umgekehrt. Wir haben ein recht grosses Budget, Projektentwicklungs- und Betriebskosten bis 2027 geschätzt, 98 Millionen Franken. Und das Projekt besteht aus drei Teilprojekten. Das eine ist die Transformation, also wie bearbeitet man die Leute in der Justiz, dass sie sich dann vom analogen auf den digitalen Weg begeben. Wir haben die Austauschplattform Justitia Swiss, das ist effektiv die zentrale Plattform, oder war es mal jedenfalls so angedacht, über die dann sämtliche elektronischen Eingaben gewissermaßen vom Anwalt oder vom Rechtssuchenden zur Behörde gehen und auch zurück, plus Akteneinsicht. Und wir haben die E-Justiz-Akten-Applikation. Das ist eine Applikation, die gewissermaßen die Gebersysteme ergänzen soll, wo es mehrheitlich darum geht, PDF-Dokumente zu bearbeiten und weitere Akten. Ich würde gerne zum Punkt zwei kommen, was bedeutet eigentlich Digitalisieren im Justizkontext. Und wenn wir das ein bisschen zuspitzen wollen, dann kann man sagen, es gibt wie zwei unterschiedliche Auffassungen, wie die Justiz digitalisiert werden soll oder kann. Die PDF-Gleichpapierfraktion, wir haben das vorher schon im elektronischen Patienten-Dossier gehört, das ist eine Ähnlichkeit, da gibt es gewisse Ähnlichkeiten. Die PDF-Gleichpapierfraktion stellt sich vor, dass man die Justiz digitalisiert, indem man analoge Prozesse einfach nachbaut und immer, wenn Papier steht, also ich übertreibe ein bisschen, immer, wenn Papier steht, ersetzt man das durch PDF und dann ist alles gut. Und die andere Fraktion oder die andere Auffassung ist, dass es eben eine umfassende Digitalisierung der Justiz geben kann und möglicherweise auch sollte. Wenn Sie den E-Mail-Absender des Projektes Justiz 4.0, neueste Version Februar 2023, anschauen, dann sehen Sie, der Slogan ist nach wie vor, damit der Weg zum Recht nicht mehr über Papierberge führt, also wirklich die Retrospektive. Der Papierberg ist unsere Herausforderung. Und wenn wir die beiden Auffassungen mit diesem Papierbergbild in Verbindung bringen, dann haben Sie eben die eine Auffassung, wir müssen mal primär diesen Papierberg überwinden und die andere Fraktion, die andere Auffassung ist, was kommt Spannendes hinter diesem Papierberg. Und ich verheimliche Ihnen nicht, dass ich zur Fraktion gehöre, die sich freut auf das, was hinter dem Papierberg kommt. Wenn Sie unten den Papierberg anschauen, wenn Sie dort im Aufstieg sind, dann können Sie ja durchaus denken, dass wenn Sie den Papierberg erklommen oder überwunden haben, dass dann die Sache geregelt ist. Aber was uns hintendran erwartet, ist eben der Metadatensee, das Digitalisierungstal, die Hashfälle und die Signatur hören oder wie Sie den sagen wollen. Wenn wir die PDF-Digitalisierung, ich nenne jetzt diesen Teil, diese Auffassung, das eben mehr oder weniger PDF gleich Papier darstellt, wenn Sie diese PDF-Digitalisierung nehmen, dann hat die Annahme, dass eben eine Digitalisierung der Justiz via PDF oder in einer PDF-orientierten Form möglich ist, das hat verschiedene Folgen. Grundsätzlich führt es dazu, dass analoge Workflows einfach für PDF-Files nachgebaut werden, mehr oder weniger komplex. Ich beobachte auch, dass die Tragweite des Vorhabens, wenn man diese Auffassung vertritt, dass die Tragweite des Vorhabens unterschätzt wird, es ändert sich ja nicht viel, höre ich viel. Ob Sie jetzt am Abend zur Post gehen und die Eingabe machen oder ob Sie das via eine Plattform machen, was ist der Unterschied? Eine weitere Folge, die Kosten, die Folgekosten werden massiv unterschätzt. Im Projekt Justizia 4.0, wenn es um Kosten geht, dann werden uns immer die Portokosten um die Ohren geschlagen, die man einspart. Und alle, die irgendwie schon mal etwas mit Digitalisierung gemacht haben, denken, ja, aber was kommt denn an Zusatzkosten? Und da ist dann die grosse Stille. Weitere Folgen sind Mehraufwand und Rechtsunsicherheit für die Rechtssuchenden und eine weitere Beobachtung, die ich mit diesem gewissen Massen PDF gleich Papier, mit dieser Auffassung in Verbindung bringe, ist, dass Personen, die Fragen stellen, problematisiert werden. Ich habe ein wunderbares Beispiel aus dem Transformationskonzept Justizia 4.0, Version 2.21. Lesen Sie doch hier tatsächlich. Also es gibt ja Blocker und Driver in diesem Projekt, oder? Ich weiss gar nicht zu welchen, dass ich mich zählen soll. Aber grundlegende Motive und Überzeugungen, wie zum Beispiel der elektronische Datenverkehr, der ist unsicher, der ist hinderlich, lernen wir. Und die Transformationsteams haben das Ziel, blockierende Elemente mit Leuten wie mir zu üben und neue Betrachtungsweisen zu erlernen. So, das ist die Problematisierung der Leute, die Fragen stellen. Ich möchte auch kurz erwähnen, dass die PDF-Digitalisierung, die gibt es schon lange. Also den elektronischen Rechtsverkehr gibt es seit 2011. Ich habe das miterlebt, was da zum Teil auf was für Widerstände wir, die gewissermassen zuerst elektronische Eingaben gemacht haben, bei den Behörden gestossen sind. Und ich erlebe das heute noch, besonders im elektronischen Notariat. Die Schulungen und das Know-how auf Behördenseite sind absolut ungenügend. Beim kleinsten Problem wird der ganze Vorgang gestoppt. Und der, der dann die Frist einhalten will, das ist in der Regel dann eben nicht die Behörde, sondern die Person, die eingibt und die hängt dann ziemlich in den Seilen. Insgesamt kann man diese PDF-Digitalisierung, besteht die aus der Dreifaltigkeit, Wünschen, Ignorieren und Bremsen. Und ich kann Ihnen das am Beispiel der Gesetzesrevision über das Verwaltungsrechtspflegegesetz im Kanton Bern nahe bringen. Der Wunsch ist, der Regierungsrat will den elektronischen Rechtsverkehr in der Kantonsverwaltung einführen. Das Ignorieren ist, wir wollen aber nichts von Digitalisierung wissen. Beispiel hier, elektronische Eingaben müssen so verfasst sein, dass sie unveränderbar sind. Man soll mir ein Dateiformat nennen, das nicht veränderbar ist. Es kann sein, dass hier etwas, das vielleicht anders gemeint ist, dass man die Veränderung feststellen könnte. Aber wieso schreibt man es dann so? Und Punkt drei ist Bremsen. Ebenfalls neuer Artikel 32a im VRPG, also im Entwurf. Die Behörde kann jederzeit die Nachreichung auf Papier verlangen. Also einerseits werden die Anwälte gezwungen, elektronische Eingaben zu machen, aber die Behörde hat, Sie sehen, das ist ein schwammiger Artikel, jederzeit die Möglichkeit zu sagen, ich bin überfordert, bitte alles nochmal in Papierform. Wir kommen zum dritten Teil, zum Hasen und zum Igel. Die parallele Durchführung von Gesetzgebung und Softwareentwicklung. Sie sehen das hier am Masterplan. Das Gesetz geht jetzt in den Nationalrat, also in die Kommission. Das ist das BECCI, Bundesgesetz über die elektronische, über die Plattform, die die elektronische Kommunikation in der Justiz ermöglichen soll. Die Beschwerdebeschaffung ist abgeschlossen, die Zuschläge sind vergeben, die Plattform wird im Moment gebaut. Interessanterweise wird zurzeit ein MVP gebaut, das auf einer anderen gesetzlichen Grundlage basiert als das BECCI. Das ist noch so ein lustiger Nebenschauplatz. Das heisst, wir haben eigentlich eine parallele Entwicklung von Gesetz und Plattform, wobei das Gesetz gewisse Details der Plattform eigentlich regeln soll. Der Fahrplan sieht eben so aus. Ausschreibung, Zuschlag 2022, Staatbehandlung im Parlament 2023. In Kraftreden irgendwann 25, 26, hoffen alle. Und da stellt sich die Frage, die auch die digitale Gesellschaft im Rahmen der Beschwerde gegen die Ausschreibung aufgebracht hat, nämlich inwiefern sind die politischen Rechte eingeschränkt, wenn gewissermassen die Programmierer bereits das am Programmieren sind, was das Gesetz eigentlich noch zu regeln hätte. Also die Frage ist, ob das überhaupt ein ergebnisoffener Gesetzgebungsprozess sein kann. Und dann die kleine Polemik, weil dann immer, wenn man das Thema aufbringt, sagt man, ja, wir machen das eben agil und so. Und dann kann man sagen, ja, agil ist, wenn man eben trotzdem baut. Jörg Mäder hat eine Frage dazu gestellt und hat gesagt, ja, ist das nicht problematisch, wenn auch das agile Vorgehen schützt nicht vor Komplettabschreibung, wenn eben das Gesetz sich grundlegend verändert und gleichzeitig eben schon ganz viel Geld ausgegeben wurde für den Code. Und dann hat dann der Bundesrat, und hier sehen wir wieder, ja, in welcher, was diese Arbeitsstellung, die ich vorher erwähnt habe, was sie für Folgen hat. Der Bundesrat sagt dann, ja, wir sind nicht zuständig für die Ausschreibung. Wir äußern uns nicht dazu. Wir kommen zum Störpotenzial, das die Digitalisierung für die Justiz hat. Ich würde das Störpotenzial nicht unbedingt als negativ beschreiben, einfach, dass es in dem Sinne stört, dass bisherige Vorgänge oder Praktiken, die sich etabliert haben, gestört werden, aber nicht, dass das negativ konnotiert wäre oder so. Das eine Störpotenzial ist, dass technische Pfadabhängigkeiten mit Rechtsnormen in Kollision treten können, zum Beispiel der Numerus Clausus bei den Dateiformaten im Bereich der elektronischen Beweismittel. Aus technischen Gründen wird es vermutlich zu einem Dateiformat Numerus Clausus kommen. Also wenn ich ein Foto habe, JPEG oder ein anderes Format, und ich das dann wegen dem Dateiformat Numerus Clausus in ein PDF konvertieren muss, als Rechtssuchender oder als Anwalt, dann verändere ich ein elektronisches Beweismittel. Ich finde das a priori nicht so gemütlich. Und wir haben auch den Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Das heisst, dort, und das ist nur ein Beispiel, kann die Plattform oder die technischen Gegebenheiten der Plattform mit der doch recht engen Regelungsdichte in den Justizverfahren in einen Konflikt treten. Ein weiteres Störpotenzial betrifft die ganzen elektronischen Beweismittel versus analoge Beweismittel. Das ist etwas vollkommen anderes. Heute kann man feststellen, dass die Prüfroutinen, das Know-how auf Gerichtsseite mehrheitlich fehlt, um mit elektronischen Beweismitteln umgehen zu können. Und gleichzeitig denkt man ja sich vermutlich auch nicht, dass jedes Mal, wenn ein elektronisches Beweismittel auf dem Tisch eines Richters landet, dass der dann einen Gutachter zuziehen muss, um irgendwie einen Mail-Header zu lesen oder ein anderes Exif-Daten von Fotos zu lesen. Also spätestens dort stellt sich dann für mich die Frage, welches Personal bearbeitet diese elektronischen Dateien und wie steigen die Kosten, wenn Richter, die sich weigern, ein Excel zu öffnen, dann plötzlich mit elektronischen Beweismitteln arbeiten müssen. Eine weitere Störung ist die Störung von der Idee von Original und Kopie. Das beobachten wir vor allem im elektronischen Notariat. Dort ist es extrem spannend mit den Beglaubigungen. Ich habe dazu auch am Notariatskongress letzten Herbst vorgetragen, dieser Aufsatz ist online zu finden. Ein weiterer Störaspekt ist die zentrale Plattform, die Justitia Swisti angedacht ist. Mittlerweile hat ja der Bundesrat diese Idee schon wieder gekippt, weil er gesagt hat, ja, es gibt ein Opt-out für die Kantone. Aber der Grundsatz wäre mal ursprünglich gewesen, es gibt eine zentrale Plattform, alle Straf- und alle Zivilgeschichten gehen da drüber, alle Anwälte aus der ganzen Schweiz tummeln sich auf dieser Plattform. Und es versteht sich von selbst, dass dadurch neue Datensammlungen entstehen, die heute nicht in dieser Form oder jedenfalls nicht in dieser, sagen wir, als zusammenhängende Datensammlungen bestehen. Also ein Datenüberschuss, Login, Logout der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, der Rechtssuchenden, die sich auf diesen elektronischen Weg freiwillig begeben. Und weitere Aktivitäten auf der Plattform werden ja gelockt. Und was kann man mit diesen Daten machen, was kann man nicht mit diesen Daten machen? Hat die Anwaltsaufsicht darauf Zugriff, hat sie nicht darauf Zugriff? Würde man alles im Beg hier warten? Also in diesem Bundesgesetz steht bis jetzt so nicht drin. Verlagerung von Arbeit und Kosten. Vielfach, wenn ja von Kosteneinsparungen gesprochen wird, stellt man sich vor, ja, vielleicht in einem spezifischen Teil der Arbeiten wird effektiv weniger Arbeit anfallen, aber potenziell im Vorfeld ist mehr Arbeit angefallen oder im Nachgang fällt mehr Arbeit an. Also die Verlagerung von Arbeit und Kosten, die hat ein gewisses Störpotenzial. das nicht zu vernachlässigen ist. Und ich habe Ihnen zum Schluss noch ein paar Beispiele, die Ihnen aufzeigen oder die gewissermassen versuchen zu illustrieren, wie die Justiz heute eigentlich im Zusammenhang mit elektronischen Beweismitteln oder auch generell mit elektronischen Sachverhalten ein bisschen überfordert ist. Sie finden hier, Bundesverwaltungsgericht, einen Entscheid, übrigens Entscheidsuche kann ich Ihnen nur ans Herz legen, einen Entscheid, das ist Asylrecht, es geht darum, das SEM hat eigentlich die Akten, die der Asylbewerber oder die Asylbewerber eingereicht ist, will die ein bisschen diskreditieren und schreibt dann so schön, die elektronische Signatur ist teils völlig unterschiedlich. Und schon nur dieser Satz zeigt, bei mir steigt dann sofort das Interesse, was, wie, wo ist unterschiedlich, wie haben die das geprüft, haben die überhaupt einen Validator, wer war das? Aber die Formulierung zeigt ja, das ist für die totales Neuland, die elektronische Signatur ist teils völlig unterschiedlich, das sagt überhaupt nichts. Zweites Beispiel, auch Bundesverwaltungsgericht, dort finde ich einfach am meisten von diesen Geschichten, ich weiss nicht wieso. Irgendwie hat hier zwischen den bulgarischen Behörden und dem SEM etwas nicht geklappt mit der Übertragung von Dokumenten, aber dass man dann schreibt, dass man eben nicht wisse, wo im elektronischen Kommunikationskanal des Dublinet, was nur ein Übertragungsweg ist, die Probleme der Lesbarkeit der PDF-Dokumente lagen, also da staune ich nur, was das eine mit dem anderen zu tun haben soll. Weiteres Beispiel, Bundesanwaltschaft, Akteneinsicht, schreiben die doch tatsächlich, dass sie etwas im Verzug sind mit der Akteneinsicht, weil es Beweismittel hat, die nur in elektronischer Form erhoben worden sind und die daher aufzubereiten sind, bevor sie dem Antragsteller zugestellt worden sind, was wie wo aufbereitet. Die Daten sind dem Antragsteller so zuzustellen, seit wann bereitet man elektronische Beweismittel auf, bevor man sie weitergibt. Also verändert sie ja, heisst das nicht anders. Und dann aus der Ostschweiz von einem Untersuchungsrichteramt im Zusammenhang mit einem Strafbefehl hat sich der Verteidiger dazu durchgerungen zu fragen. Er hat Fotos bekommen, das ist ja heute extrem häufig, man bekommt Fotos, die in ein Word reinkopiert worden sind und daraus wird dann ein PDF erstellt und das wird dann ausgedruckt. Und dann bekommt man das, hat der also nach den Rohdaten gefragt. Und dann hat man ihm gesagt, es sind keine elektronischen Ursprungsdaten vorhanden. Also mit anderen Worten, das Foto ist analog erstellt worden, höchst unwahrscheinlich. Und im Übrigen, falls sie dann doch nicht analog erstellt worden wären, wären sie für das Verfahren nicht relevant, diese elektronisch eingeforderten Fotos. Und wir haben dann noch, das ist gewissermassen der Schluss, das Schlussbuket des Feuerwerks, auch wieder das SEM, auch wieder Asylverfahren, wo es auch darum geht, einen Scan, den ein Asylbewerber vorweist, gewissermassen dem einen Beweiswert abzusprechen. Und dieser Auszug aus diesem Entscheid, der hat eigentlich das Potenzial, das ganze Justitia 4.0-Projekt unter den Tisch zu kehren, weil hier steht, es handele sich Skandal um einen Scan und nicht um das Original, das Dokument. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Dokument, welches nachweislich digitalisiert worden sei, also das, was wir alle machen müssen, wenn Justitia 4.0 kommt, allenfalls einer elektronischen Nachbehandlung unterzogen worden sei, effektiv. Und demnach entfaltet das neu eingereichte Beweismittel keine relevante Beweiskraft. Also das ist gewissermassen dann die Bankrotterklärung. Ich weiss nicht, wie man das anders interpretieren kann. Wenn man diesen Teil des Urteils gewissermassen auf das Projekt Justitia 4.0 anwendet, dann würde das bedeuten, dass man eben keine gescannten Unterlagen als Beweismittel einreichen kann. Und das wäre doch einigermassen erstaunlich. So. Jungs, vielen Dank für den super informativen Vortrag, Claudia. Wir hätten jetzt Zeit für eure Fragen. Ihr könntet dort ans Mikrofon treten. Bitte gerne etwas nahe zum Mikrofon hin. Ich hätte sonst persönlich auch noch eine Frage. Wo stehen wir da im internationalen Vergleich? Genau. Also das ist eine lustige Frage, weil uns wird ja immer vorgehalten, ja die umliegenden Länder seien alle viel weiter. Und ich habe aus diesem Grund mit einer Vertreterin des Deutschen Anwaltsvereins ein Interview gemacht für das Intubio. Das ist die Zeitschrift des Berlischen Anwaltsverbandes. Und ich habe das Interview beendet und ich habe mir gedacht, wir können das nicht abdrucken, weil das so absolut desolat ist. Also es gibt nur den Weg der elektronischen Eingabe. Den Rückweg gibt es nicht. Elektronische Akteeinsicht existiert nicht. Man darf nur PDFs einreichen. Ich fragte die Kollegin aus Berlin, warum. Sie sagte mir, PDFs sind nicht veränderbar. Das ist die zuständige elektronische Rechtsverkehr des Deutschen Anwaltsvereins. Also wir haben die Vorgabe in Deutschland, dass die elektronischen Eingaben ausdruckbar sein müssen und effektiv werden alle elektronischen Eingaben ausgedruckt und wieder eingescannt, damit sie in die Geschäftsverwaltung dann der Gerichte, also das hört gar nicht mehr auf. Sie wollen einfach heulen, wenn sie das hören. Und ich habe das schon ein bisschen geahnt, dass dieses besondere elektronische Anwaltspostfach effektiv ein bisschen ein besonderes elektronisches Anwaltspostfach ist. Aber in diesem Ausmaß hätte ich mir das nicht vorstellen können. Und einfach, ich nehme das Interview jetzt immer mit an Veranstaltungen. Und wenn mir dann jemand sagt, Deutschland sagt voraus, dann sage ich einfach, bitte mal lesen. Da viel zu. Genau. Nächste Frage. Also zunächst einmal vielen herzlichen Dank für den informativen Vortrag. Und ich hätte zwei Fragen. Das erste ist gerade zum letzten Entscheid vom Bundesverwaltungsgericht, den Sie gezeigt haben. Würde das nicht in der Folge auch heissen, dass auch Kopien von Originaldokumenten, die ich einreiche, weil es sind ja auch keine Originale, es sind Kopien, was dort der Unterschied zum Scan sein soll, ist mir schleierhaft. Dürfte man ja auch in dem Fall nicht anerkennen. Ist in meiner Praxis, als ich beim Anwalt als Praktikant gearbeitet habe, irgendwie nie passiert. Und das andere ist, gerade bei diesen PDF-Beweismitteln, und dort gibt es, ich meinte, in Österreich eine Initiative, ein Unternehmen namens Netzbeweis GmbH, die setzt sich beispielsweise dafür ein, dass man Internet-Auszüge oder zum Beispiel Chat-Auszüge beweissicher machen kann, indem man dort ein PDF erstellen kann über Netzbeweis GmbH, wo dann das PDF mit einem Zeitstempel versehen wird. Und ist da im Rahmen von Justitia 4.0 auch etwas Ähnliches angedacht? Ob es die Behörden annehmen, ist dann die andere Frage. Aber haben Sie sich das auch da ein bisschen überlegt? Genau, also zur ersten Frage, ja, absolut, oder? Also das sehe ich auch so. Hier kommt dann die technische Richtlinie ResiScan ins Spiel, oder? Also wenn man scannen will, dann müsste man dann, wenn man es richtig machen wollte, müsste man halt vielleicht die Regeln des ersetzenden Scannens anwenden, vielleicht noch den einen oder anderen Abstrich von der TRS-Scan, weil das ist ein ziemliches Paket. Aber da beeilen sich immer alle Leute, zu sagen, oh nein, die TRS-Scan ist nicht anwendbar für uns, weil die genau wissen, das ist der Horror. Und da steigen dann die Scannkosten, gehen die wirklich durchs Dach, oder? Also das ist der eine Punkt. Genau, von wegen Beweis sich... Also warum muss man elektronische Beweismittel, die in einem bestimmten Format, MSG, EML, weiss nicht was, JPEG vorliegen, warum sollte man die überhaupt konvertieren, also verändern, das erschliesst sich für mich nicht ausser, wenn die Gerichte nicht mit diesen Originalbeweismitteln umgehen können. Und gerade das Beispiel, ich meine eine Webseite, wenn ich aus einer Webseite einfach ein PDF mache. Die ganze Multidimensionalität einer Webseite, wir wissen alle, aus was eine Webseite besteht, und die besteht definitiv nicht aus dem, was dann in einem PDF sichtbar ist, und das gilt auch für die Chats. Also dort ist irgendwie die Bereitschaft scheinbar vorhanden, dass man elektronische Beweismittel quasi in ihrer ganzen Vielfalt einfach flach, platt drückt auf die Ebene eines Stück Papiers, das dann als PDF daherkommt. Und das ist eben diese PDF-Digitalisierung, ich denke auch ein Thema Ignoranz, eine völlige Unterschätzung eigentlich dessen, was Dateien überhaupt für ein Potenzial haben und was in Dateien als Beweismittel eigentlich so drinstecken kann. Vielleicht, wenn ich einfach nur eine kleine Anekdote anhängen darf. Ich habe ja gesagt, es gäbe die Möglichkeit, dass man eben mit so Zeitstempel PDFs erstellen kann von Chats und Webseiten. Was ich aber auch schon gemacht habe, ist, als eine Gegenpartei behauptet hat, ja, die Person XY, die hat doch gar nie bei uns gearbeitet. Ein Auszug aus archive.org hat auch schon mal ein Gericht vom Gegenteil überzeugt, weil dort stand die Person dann plötzlich doch auf der Webseite drauf. Genau, also ich würde vielleicht sagen, es braucht sicher nicht in allen Fällen die gleiche Art der Dokumentation von elektronischen Beweismitteln. Ich würde nur einfach sagen, dass die ganze Diversität wie zur Verfügung stehen muss. Es kann nicht sein, dass man einfach Beweismittel grundsätzlich im PDF-Format, abgesehen davon, wie bringe ich eine Access-Datenbank in ein PDF aus, wenn ich das PDF als Wrapper brauche. Also, geht ja irgendwie gar nicht. Danke. Ja, danke auch. Haben wir noch eine letzte Frage? Keine Frage. An Anmerkung an eine Frage, Sven Kohlmeier, deutscher Rechtsanwalt. Ich teile die Auffassung zum... Können Sie etwas näher an? Ich teile die Auffassung zum elektronischen Anwaltspostfach, weil einfach die Justiz in Deutschland überhaupt nicht darauf eingestellt ist. Als Anwalt, muss ich mal sagen, ist das geiler als ich dachte, weil man halt einfach alles elektronisch einreichen kann, sich nicht nur um Ausdrucke kümmert. Man kann halt auch massenweise Anlagen einfach beifügen und das Gericht muss die dann halt ausdrucken und sich darum kümmern. Also insofern aus Anwaltssicht total praktisch. Aber wenn Sie im Strafprozess ein Bild haben, ein Foto, und Sie würgen das in ein PDF, dann verändern Sie ja das Beweismittel. Wie sehen Sie da die Sorgfaltspflicht des Anwalts? Wo sind Sie da im Bereich der Urkundenfälschung? Warum soll ich? Also wenn ich das Bild digital bekomme und in einen PDF umwandle, meine ich nicht, ob ich da eine Urkundenfälschung habe. Nein, aber Sie verändern es a priori. Ja, ja, aber habe ich damit eine Urkundenfälschung? Nein, nein, ich sage nur. Okay, genau. Sie verändern es. Und wissen Sie dann, was Sie verändern und warum Sie was verändern? Ich reiche es ja bloß elektronisch ein als PDF. Ich glaube, das ist effektiv der Punkt, den ich machen wollte. Aber als Anwalts ist das auch nicht, im Ergebnis ja auch nicht mein Problem, die Beweismüdigung vorzunehmen, wenn ich das Original noch irgendwo habe und nachweisen kann, dass ich es hätte. Genau, aber angenommen, angenommen, Ihr Original hat Exif-Daten, die für Ihren Fall und für Ihre Geschichte überhaupt nicht passend sind. Angenommen, Sie reichen das als PDF ein und dann sagt das Gericht oder der Gegner, oder wer auch immer, wir hätten gern das Original und dann schauen Sie das Original zum ersten Mal so richtig an und merken so, ach, diese Exif-Daten um Gottes Willen, ich will nicht, dass Sie das sehen, oder? Was machen Sie dann? Dann gehen Sie hin und sagen, ich habe das Original nicht mehr, oder was? Nein, dann freue ich schon mal an die Exif-Daten rein, bevor ich sie einreiche. Genau, genau, aber... Ich verändere selbstverständlich keine Exif-Daten und sage es niemals, wenn ich es hier... Genau, aber das würde ja... Genau, ich sage nur, das ist ein interessanter Punkt. Genau, also genau. Ich wollte bloß auf einen weiteren Punkt eine Anekdote noch, was sehr lustig ist, dass man halt elektronisch kommunizieren muss als Anwalt, aber die Titel halt nicht elektronisch vorliegen, sondern in Papierform. Man muss die immer nachreichen, also muss elektronisch eine Zwangsvollstreckung einreichen und kriegt dann ein Schreiben auf Papier, zahle irgendeinen Kostenvorschuss und reiche bitte den Titel im Papier ein, was das Verfahren erheblich verändert. Da meine Frage, müsste Justitia dann nicht eigentlich so ausgerichtet sein, dass man halt auch Urteile in irgendeiner Weise digital vorzuliegen hat, auf Blockchain oder wie auch immer, um die halt den Medienbruch zu verhindern? Das ist bei Justitia 4.0 absolut so vorgesehen. Der Punkt, der nicht geklärt ist, ist, wie macht man die Langzeitarchivierung von Urteilen, die man vielleicht in 30, 40 Jahren auch noch haben will. Dieser Teil ist wie absolut mit Ihnen einverstanden. Wir sind eigentlich am Ende, aber ich würde sagen, wir nehmen noch eine Frage, oder was meinst du? Ja, ja. Danke für den Vortrag, dass ihr viele Fragen aufwirft. Ich hatte noch eine kurze Frage, ich glaube, ich habe das verpasst. Staatsanwaltschaften sollten diese Plattform auch benutzen. Gäbe es die Möglichkeit, dass es im Bereich der Strafbefehle zu erhöhter Transparenz kommen könnte, zum Beispiel, wenn man da eine Einsicht haben wollte? Also, ja, genau, das ist natürlich eine Forderung, Urteilsveröffentlichung, auch via Justitia.swiss, könnte man ja mehr oder weniger sagen, die sollen automatisch anonymisiert werden und auch in einem kleinen Modul von Justitia.swiss alle publiziert werden. Also, es hat absolut Potenzial. Also, ich gehöre nicht zu denen, die denken, das ist nicht eine gute Sache. Genau solche Dinge wären eigentlich total interessant. Und dann braucht es dann eben auch Entscheidssuche nicht mehr. Wir müssen hier leider beenden. Vielleicht könntet ihr das offline dann noch klären. Abschliessend klären. Vielen Dank, Claudia. Hier geht es gleich weiter mit der elektronischen Identität des Bundes, Stand der Arbeiten und Ausblick. Vielen Dank.